Eines Morgens wachte ich auf und merkte, dass draußen irgendwas nach mir rief. Ich wusste nicht, wer oder was es ist, aber ich machte mich gleich auf die Suche. Guckt mal, ich habe ein Spiel gefunden. Mutter Natur braucht unsere Hilfe und jeder kann mit seinem Garten dazu beitragen und Lebensräume schaffen. Jedes Tierchen hat Durst, das merkt euch nur gleich. Sammelt Wasser im Garten oder baut einen Teich. Im Totholzkaller, ganz tief drin, wohnt Käferkind, der Engerling. Und dann dreht man die Karte rum, liest die Antwort durch, gerne laut, damit es die anderen hören und auch darüber mitlernen können. Und dann guckt man, ach, ja, guck mal, das davon habe ich gewusst. Und dann kann man einen Schritt vorwärts gehen, wenn man sagt, das habe ich alles überhaupt noch nicht gewusst. Geht mal ein, zurück. Oder man liest in dem Heft, was beigefügt ist, sich im Prinzip auch das Wissen mit an, wo man einfach Fragen über Worte gestolpert zum Beispiel sich dann erklären kann. Genau. Für dieses wunderbare Spiel brauchen wir eure Unterstützung. Es ist so, dass dieses Spiel uns sehr am Herzen liegt. Wir wollen, dass es ins Leben kommt. Wir wollen, dass es in die Kindergärten kommt, in die Schulen, in eure Kinderzimmer. Dass ihr in geselligen Runden einfach mehr über die Natur lernt. Und dafür brauchen wir eure Unterstützung. Helft uns, dass wir dieses Spiel ins Leben bekommen. Jeder Betrag ist gern willkommen. Richtig. Und es gibt Dankeschöns, das Spiel ist unser Dankeschön und noch viele andere schöne Sachen. Wir sind Gitta Dornheim-Wittig und Susanne Hitschold. Und wir freuen uns auf eure Unterstützung. Herzlichen Dankeschön. Herzlichen Dankeschön. Herzlichen Dankeschön. Herzlichen Dankeschön. Vielen Dank.